Wir haben nach dem Preis der Sparkasse Bremen vom 12. Mai 2006 gefragt. Pferd A war Kings Eagle, Pferd B war Narsus und Pferd C war Avertigo. Sehen Sie hier die Lösung. Kings Eagle mit dem Kommando, es geht um den letzten Knick, noch 650 Meter. Kings Eagle führt das Feld in den Einlauf, dahinter ist dann Narsus in zweiter Position. Dann versucht Accelerating einen Vorstoß, ganz an der Außenseite Landkönigin, Accelerating Narsus aber an der Spitze und galoppiert. Und wie er galoppiert, Narsus weiter vorne, Kings Eagle bleibt dahinter. Der Box hat einen ganz schlechten Rennverlauf, kommt jetzt erst ein wenig frei. Accelerating hat jetzt nichts mehr zuzusetzen, Kilder kommt, Narsus ist aber vorne, kommt jetzt angeflogen. Avertigo, Avertigo an der Seite von Narsus, Narsus und Avertigo, Avertigo und Narsus, Avertigo und Avertigo geht vorbei. Avertigo gewinnt von Narsus und dann Heluan auf dem dritten Platz. Avertigo, 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 A